Was geht, Leute? Mein Name lautet D-D-D-Danny für W-W-W-W-Wernage. Willkommen zu einem neuen Video von Destiny. Und wir spielen heute den Konfliktmodus. Competitive Multiplayer, der Kriegskult der Zukunft sucht nach Streitern, die sich der unerbittlichen Zukunft stellen. Team-Death-Match, also Team gegen Team. Jetzt störe den Feind 6 vs. 6 Team-Death-Match. Also sowas wie bei Call of Duty, ganz einfach. Und hier haben wir noch was, was ich selber gar nicht gespielt habe. Ich wusste gar nicht, dass es noch mehr gibt. Wow. Okay, wir wollen heute sowieso nur Team-Death-Match spielen. Übrigens, ich habe meinen PC neu, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich habe mein Betriebssystem neu installiert. Ihr wisst ja, dann ist alles gelöscht und ihr müsst alles nochmal selber installieren, etc., etc., etc. Und, äh, wieso ich das gemacht habe, und zwar aus irgendeinem Grund, hat mein PC bei der Aufnahme, ähm, hat mein Webcam bei der Aufnahme, ähm, gelegt. Nur bei der Aufnahme. Und irgendwie hat mein PC auch gelegt. Ich weiß nicht genau, woran es lag, aber ich denke, es lag am Anti-Viren-Programm. Normalerweise, äh, bin ich, also ich habe, nur ich benutze Norton. Normalerweise ist Norton sehr, sehr gut. Nur ich weiß nicht, ob es da dran lag. Ich bin mir nicht sicher, bitte. Also, wenn es nicht daran lag, dann tut es mir leid, aber es scheint so, als würde es anscheinend wirklich daran gelegen haben. Äh, und ja, wir haben natürlich sofort, Leute, gewonnen. Das Spiel spielen natürlich tausende Menschen, denn, äh, was heißt tausende Menschen? Das spielen mehr als nur paar tausend. Äh, denn es ist wirklich ein sehr gehyptes Spiel. So, das sind wir. Wir sind, äh, diese Flugzeuge dort. Puh, los geht's, Leute. Los geht's, würde ich sagen, mit einem Team-Death-Match. Ich muss sagen, das Spiel macht wirklich enorm Spaß. Aber ich kann es nicht mehr als drei Stunden hintereinander zocken. Also, ne? Es ist nicht mein liebliches Spiel, es ist aber ein sehr gutes Spiel. Aber es ist nicht, es ist niemals das beste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Ich sollte, oh, ach, sorry, Headshot, es tut mir leid. Äh, ich sollte nicht lag eigentlich, deswegen bewege ich mich mal ein bisschen. Vielleicht sollte ich ein bisschen tanzen oder sowas. Tanzen, yeah! Okay, Link in der Beschreibung zu GameKeyForMe für günstige Spiele-Keys. Jetzt muss ich mich echt erinnern, das immer anfangs zu sagen. Sonst vergessen die Leute, wenn sie Keys kaufen, da einen zu kaufen. Ufer der Zeit. Madmonds Venus. Lasst uns loslegen, meine Freunde, lasst uns loslegen. Wohin, das ist so schön, ich glaube, ich bin so flüssig irgendwie. Habe ich mich jetzt gelaggt, ne, ne? Woo! Okay, sorry, Team, los geht's. Oh, auf diesem App habe ich noch nie gespielt. Ernsthaft nicht, oder? Doch, ich glaube, einmal. Ich habe gestern ein paar, ich glaube, zwei, drei Stunden gespielt insgesamt. Äh, ja. Gut, dann wollen wir mal sehen, wo wir den ersten Gegner finden. So, ich sehe sie auf der Karte. Sie sind da ungefähr. Oh, hier gibt es viele. Ich glaube, meine Sarte. Heilige Scheiße. Erstes Spiel heute übrigens. Nein, falsch, ich habe die falsche Waffe. Ich habe die falsche, das war, ich habe die falsche Waffe. Na, so, ich habe die falsche Waffe. Die wollte ich gar nicht haben, die ist so richtig schlecht. Jetzt ohne Scheiß, die ist wirklich richtig schlecht. Ähm. Halbautomatisch. Äh, einen Moment mal, bitte. Ja, ich entscheide mich dafür. Das ist eine ganz... Okay, Waffe für den Multiplayer. Okay. Sie ist in Ordnung, sage ich mal so. Sie ist in Ordnung. Ist aber nicht, definitiv nicht die beste Waffe. Nein. Oh, nein, 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 nein. Nein. Oh, was ist denn los? Ich sterbe die ganze Zeit. Meine Güte. Kann ja gar nicht sein. Ich komme so unvorbereitet hier rein, muss ich sagen. So richtig unvorbereitet. Wahrscheinlich wird das Video nicht mein Thumbnail haben. Oh, unser erster... Yeah. Unser erster Kill. Zweiter Kill. Nein, leider nicht. Okay, wir haben einen kleinen Glückskill, aber meinetwegen. Oh, da oben haben wir jemanden. Nein, was mache ich da? Heilige Scheiße. Komm her. Oh, mein Gott, was mache ich da? Gott, ich nehme Drogen. Bitte sag es euch, Eltern, nicht. Sonst denken die falsch von mir. Oh, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Die kommen gleich. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Nein, was? Was? Also, sorry, wie konnte ich den denn nicht sehen? Ich muss eine andere Waffe nehmen. Ich bin irgendwie nicht ganz, äh, ja. Ich brauche eine Vollautomatik-Halbautomatik-Gewehr. Ähm. Alles halbautomatisch. Wieso ist alles haupt? Wieso? Sind die Waffen hier auf Drogen, oder was? Auch ein Halbautomatik-Gewehr? Ach, wisst ihr was? Meinetwegen. Es ist halt das stärkste Gewehr. Oh, scheiße. Ja. Ah! Ich bin doch gerade erst gespawnt. Heilige Scheiße. Ich kacke jetzt richtig rein, Leute. Ich kacke richtig rein. Das tut mir so leid, aber ich bin so unvorbereitet. Das beste Video. Ich bin der professionellste YouTuber, den ich jemals gegeben habe. Definitiv. Gut, jetzt konzentrieren wir uns mal ein bisschen mehr. Und, äh. Was? Ich habe trotzdem einen Kill bekommen. Es war quasi ein... Ja, ich habe ihn gekillt und er hat mich gekillt. So was kommt öfter vor. Hier bei Destiny, vor allem im Nahkampf. Ich weiß selber nicht, wieso das so ist. Also, wenn ich zuerst messe, sollte ich ihn eigentlich zuerst töten. Ich habe hier zuerst gemessen. Das habt ihr ja gesehen. Die Waffe macht den Ultra Schaden, aber er ist nicht die beste, finde ich. Scheiße. Verpiss dich, Mann. Übrigens, ihr solltet nicht so oft zielen, weil sonst... Oh. Was machst du denn da? Oh, ich habe einen Kill bekommen. Komm her. Der kleiner Bastard. Ich liebe den Nahkampfperfekt. Ich liebe ihn. Oh, hi. Hey, wo bist du denn, Kleiner? Du bist du, Freunde? Bist du hier falsch? Von da. Von hinten. Von überall. Ach du Scheiße. Er kommt hier rein. Das ist das beste ever, was ihr machen könnt. Super bereit. Wollt ihr bereit, Leute? Ah! Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Äh, hier. Komm schon, ich muss den Gegner sehen. Oh nein, total verschwendet. Das kann ja nicht sein, oder? Nein, ich habe es verschwendet. Ich habe es verschwendet. Oh, ich habe mich noch gekillt. Mit der Gronate. Alter, was für ein Glück habe ich denn? Heilige Scheiße. Stimmt, ich habe hier wieder die andere Gronate eingesteckt. Die bessere Gronate. Man unterscheidet hier zwischen zwei Gronaten. Die kann man sich aussuchen. Die eine explodiert. Und die andere, die... Ja, das ist kein Nächstes, Mann. Gegen zwei Leute was zu machen, ist wirklich unwahrscheinlich. Also, da kann ich auch gar nichts gegen machen. Wahrscheinlich gehe ich sogar negativ aus. Aber es freut mich immerhin, dass die... Ähm, ja. Oh, hi. Was? Was? Komm schon, Mann. Komm schon, Mann. Ach, du meine Güte, wie ich das nicht mag. Äh, nein, rechts von mir. Oh, ich kriege nicht hin, Leute. Ich bin... Ich kriege keinen Tod. Es ist so merkwürdig. Das Spiel hat übrigens OP-Waffen hier drin. Also, wirklich richtige OP-Waffen. Dann nehme ich mal, meinetwegen mal diese Waffe. Die vollautomatische Waffe wollte ich sowieso nehmen. Dies finde ich besser für den Multiplayer. Ja, die andere ist so ein bisschen... Hier ist so viel rumgespringen. Es ist wirklich schwer, mit so einer halbautomatischen Waffe zu treffen. Ist wirklich nicht so das Wahre. Deswegen lieber vollautomatische benutzen. So. Rechts von mir. Na, super. Ich sterbe gleich. Ich weiß das. Heilige Scheiße. Wie habe ich den Kill bekommen überhaupt? Hinter mir. Heilige Scheiße. Hinter mir. Nein, ich bin so gut wie tot. Ach, du Scheiße. Wie habe ich den Kill bekommen? Nein! Der hat mich gemessert. Was für ein Bastard, Alter. Travernal. Ja, dein nimmer auch. Übrigens, Spawn-Fails gibt es hier auch. Habe ich auch schon entdeckt. Da bin ich, glaube ich, dreimal hintereinander gespawnt. Neben den Gegnern. Neben drei Gegnern. Weil ich meine, da kann man... Außer auf dem Kopf stehen und lachen. Nichts wirklich tun. Komm her, mein Freund. Der ist tot. Was? Okay. Super bereit. Der hat mir super Power-Kräfte. Ja! Wow, ich habe ihn eliminiert. Das ist nice. Ich kann snipen. Ich kann snipen. Oh, was für ein Schaden. Heilige Scheiße. Na, oh man. Ich finde, der Sniper-Schuss hatte ihn wirklich töten müssen. Weil es ist wirklich schwer, zwei Schüsse hintereinander abzufeuern. Wenn nicht, sogar unmöglich. Ein Assist habe ich bekommen. Tut mir leid für das schlechte Gameplay. Aber ich sehe das irgendwie mehr als ein... Dein Test für meine Aufnahmen. Kleiner Bitch. Komm nie wieder hierher. Oh Gott, ich komme ein bisschen durcheinander. Weil ich die überall auf der Karte sehe. Ein Kill für mich. Vielen Dank. Schwere Munition, komm. Oh... Nein, ich bin tot. Du hast schwere Munition. Ich bin nicht tot. Ja, ich bin nicht tot. Das war klar. Ich wusste... Vielleicht soll ich mehr springen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich müsste mehr springen. Das Springen hier ist sehr gut. Weil man halt... Je schneller man sich bewegt, desto schwerer ist, man zu treffen. Aber desto schwerer kann man auch Gegner treffen. Also... Ein härter Kampf der Sieg. Mission beendet. Dein Team hat gewonnen. Immerhin, immerhin, immerhin. Lass mich hier noch killen. Ja, wir haben hier noch gekillt. Okay, das war's. Hat die Cam einmal gelaggt oder nicht? Ging alles? Ging alles klar? Das wäre meine Frage. Was reicht nicht auf Frage? Die Lage. Okay, Spaß. Ähm... Ja, das war's für diesen Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wollt ihr mehr von Destiny sehen? Vielen Dank für den ganzen Daumen nach oben. Ähm... Ähm... Oh nein, ich sehe dich im nächsten Video wieder. Ja. Ciao, ciao!